so liebe leute lila laune bär wieder da mit mir gabriel also die nächste bewährungsprobe bayern bewerbungsprobe haben wir gesehen prognose hannover bayern münchen könnt ihr euch hier reinziehen und dann kommt jetzt noch dortmund gegen mainz genau also und stuttgart freiburg treffen sich zweimal einmal jetzt heute wo wir spielen im pokal und dann mal am wochenende ich gerade bei den begegnungen das ist ja krass das ist ja lustig also aber jetzt kommen wir mal rein hier also wie fit ist dortmund haben sie die köpfe frei sind sie schon so weit schwierig das bayern denke ich mal diesen da schon denke ich denke mal ein zwei schritte weiter also gedanklich auch von der qualität der mannschaft etc ja sind so die waren in den letzten jahren so häufig in so wichtigen turnieren gestanden also da ist ein bisschen mehr abgewichstheit vorhanden bei dortmund spart man sich noch ein bisschen auf bis zur endgültigen eakulation ja mal gucken also dortmund ich bin gespannt wie sie jetzt die sachen halt durchziehen und halten können weil diese doppelbelastung ist für das team heute auch nicht so ohne ich meine gut obwohl es liga gibt nichts mehr zu reißen aber deswegen wollen sie ja trotzdem gewinnen gut aber meins habe ich ja so ein bisschen ist ja so mein team irgendwie irgendwie läuft es mit dem und dir ich habe sowieso eine gute tage kommen heute ja eine sehr gute ich nicht du schon ist gerade ein bisschen schwierig dann aber passt schon ach der ist mal nicht drin ist auch meins ne das ist ja was anderes nicht zum ball gehen doch da wird es richtig schnell Scheiße Scheiße Oh, das ist übelst Alles vergeben, den Freistoß, das Tor, die Ecke Oh, heftig Hey Oh, wie ich da rumgrätsche, ne? Hat er Kann man auch nicht haben, mal so ein Ball, wenn der 5-Meter-Raum landet Muss man nie klatschen Oh, wie die herumirren, eh So Kommt jetzt was, ja? Ich glaub Hey, hey, hey Was war denn jetzt da? Na, macht einen Wurf Oh, das war nicht Oh Ach, schau ab Wenn ich nix kann, ne? Das könnte ich ja ruhig mal üben Oh, scheiße Oh Oh Gott Oh, gut War gar nicht aus, ich dachte, wäre schon aus Ah, nee Oh, Dormitt ist schon eine andere Sache Da ist ja beide sitzt man nicht eben so Oh, Mann Blöckstor Gibt's ja gar nicht, ey Geh da rumstolzieren, ich komm nicht ran Das ist dann auch der Klassenunterschied Oh je Ich dachte, ich hätte aufhören, so zu spielen wie mit München Weil das funktioniert hier mit Dingen nicht Ne? Meins, ne Guck Normalerweise hätte er den Lenkungsgab, weil er auch ein bisschen antrittschneller ist Ach, klar Ja, gesehn Oh, guck Das meine ich, äh München hättest du den gehabt Gibt den auch Bisschen souveräner Tja, du bist halt gewohnt, nur die guten Teams zu spielen Ja, so wird's sein Melbourne Ja, hast du auch das bessere Team gehabt Ja Ja Das gibt's doch nicht Also noch mehr kann man das nicht spielen Komm, Robert Schade Bis jetzt Ich halte mich ja gut, aber es reicht noch nicht Doch wieder Nein Stark gemacht Scheiße Aber ist das selber schuld langsam Der Abschluss war wirklich richtig stark, aber die Balleroberung war natürlich wieder Na ja, dein Ding Wenn du meinst, so verteidigen zu können Oder so zu spielen zu können Mich hier zu hoch flamieren Ach, scheiße Don't teach me, ne? Halt gleich wieder, ne? Ich hörte gar nicht mehr zu bei sowas Alter Jetzt wird's doch gleich Ach Nämlich Oh Moment Oh Und, Jungs Hahahaha Alter Super Da sind wir wieder bei dem Profi-Thema, ne? Ja Schön Schön Auch typisch Typisch Dortmund Ach, super Gut Ich glaube ich jetzt halbzeit, ne? Nö, auch nicht Jetzt aber, oder? Ja Gut, 1-1 Das geht Kann man spielen im Westfalenstadion Da stand letzte Woche schon 2-0, glaube ich, ne? Darf nicht, darf nicht sein Für, für Dortmund gegen Fürth Ja Aber gut, 1 ist auch besser, ne? Als Fürth? Ja Ja, bestimmt Aber die haben auch auswärts gespielt Also die spielen ja auch auswärts, ne? Oh yeah, yeah Oh yeah, yeah Oh, ein Robbentor war das Ja Das ist aber echt schön Der andere wäre ja auch bald drin gewesen Den ich drüber gelupft hab Aber da kam es noch mit dem Kopf ran dann Bloß gut, ey Was mach ich hier schon wieder? Oh mein Gott So, Großkreuz Blaschkowski und Kale nehme ich raus Und bringe dafür Shaheen Oh Oh Ja, bin ich mal gespannt Wie ein Flitzebogen Na, dann mal los Auf geht's So, Angriff Alles klar? Ja, bei mir ist alles klar Das erzähl ich bloß Na, na Oh Juts Oh Nochmal da hin Oder da hin Oh Da, da 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 Oh Schön Spielzug Oh Alter Ja Wenn du dich so verteidigen kannst Nein Nein Oh Oh Ein Alavator Haha Haha Tja, aber da hat er vorbeigegriffen, ne? Der Weidenfeller Der Super Tichwi, der Naja, kann er nix machen Ja, ne Wenn wir vorher schon verteidigen können Besser Müssen Don't eat me Ach, fick dich Solange ich gewinne, ist mir das eh alles Egal Müssen wir's mehr gewinnen Mensch Stark Nein, Gott Abseits Paul Paul Was machst du Gündogan Jetzt ist es hier Müller 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 Oh, der hat Verdammt Scheiße Nein Nein Oh Schießt diese Schweinebacke flach So drückt man nicht jede Mannschaft Dortmund hinten rein So Drückst heute jedes Team hinten rein Das ist immer das Spiel Oh Nochmal So Hey Mensch, jetzt Da geht doch auch zum Ball Oh, Jungs Ich spiele wie mit Bayern Was denn, du hast ihn doch angenommen Ja, trotzdem Nur mit dem Tor gewesen wäre, oder was? Nimmt der mir den von der Brust Echt? Ja Foul Alter Ja, natürlich Du triffst mich Bevor der Ball kam, hast du mich ja schon getroffen Nee Doch Oh Dann kamst du zu spät Nachdem der Ball wird aber Oh Mann Ich wollte gerade spielen Das ist doch er Ich komme dort nicht mehr durch, durch diese Scheiße Ich weiß es nicht Ich habe keine Ahnung Alles zugestellt Das fällt im Vorfeld Aber ja auch bloß Lack Den dann anzuschießen Naja gut, aber das ist halt Fußball, ne? Ja, klar ist es Fußball Das ist ja 90 Minuten Zeit, um es besser zu machen Oh Ach Mensch, zu früh Ach hier, sowas Was ist denn das? Ja, weiß ich auch nicht Was hat ihn mal Boah So Dummen Ball zu kriegen Pressing Mit Mainz Wird dem Kloppo gar nicht gefallen Ja kommt, so schön war es jetzt auch nicht Was ist das? Danke Wunderbar hinfallen Knapp war das eben Oh Haha Ja, GZ Mann Kann passieren, ne? Kann alles passieren, ja Gewährungsprobe gegen Madrid mal gescheitert Adios Tschüss Knapp Knapp Knapp